Wir haben einen sowjetischen Spion. Aber es gibt einen Haken. Die haben unseren Spionagepiloten mit dem Kopf voller Geheiminformationen. Wir wollen, dass sie den Austausch verhandeln. Ich bin Versicherungsanwalt. Will ich die überhaupt in die Hand nehmen? Sind Sie gut in Ihrem Beruf? Das wird für uns beide das erste Mal. Sie sollten vorsichtig sein. So will man, dass diese Verhandlungen stattfinden. Aus Berlin. Sag mir nur, dass du dich nicht in Gefahr begibst. Gib mir was, woran ich mich festhalten kann. Ganz egal, ob es wahr ist. Halten Sie sich von der Mauer fern. Wer rübergeht, wird erschossen. Die Dinge brechen auseinander. Ihre Position oder die Ihrer Regierung? Wir müssen das bereden, was unsere Regierungen nicht bereden können. Nein! In meinem Land bezeichnet man so etwas. Als knägerische Handlung. Der nächste Fehler, den eines unserer Länder macht, könnte der letzte sein. Du. 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 Vielen Dank.